Mein Name ist Christian Kullmann. Ich bin der Vorsitzende des Vorstands von Evonik Industries, einem der größten Chemieunternehmen der Welt. Heute beantworte ich ein Autocomplete Interview. Die Frage lautet, wie werden wir in Zukunft arbeiten? Für das Ruhrgebiet und für Evonik bedeutet das globaler werden. Die Wirtschaft wird sich weiter wandeln und Wandel können wir im Ruhrgebiet. Drei Prim dieses Wandels wird die Digitalisierung sein. Und dafür müssen wir uns hier nicht fürchten. Auch nicht fürchten vor allem Silicon Valley. Denn was wir hier haben, ist Industrie auf dem Niveau der absoluten Weltspitze. Wie werden wir in Zukunft lernen? Die berufliche, die schulische, die akademische Bildung und die Qualität derselben wird für die Zukunft des Ruhrgebietes von alles entscheidender, überragender Bedeutung sein. Und hier haben wir viel zu bieten. Die Dichte an Universitäten, die herausragendes leisten, ist im Ruhrgebiet so groß wie in keinem anderen Teil der Bundesrepublik Deutschland. Auch die berufliche Ausbildung hat einen hohen Stellenwert. Deshalb bin ich für die Zukunft des Ruhrgebietes sehr optimistisch. Wie werden wir in Zukunft leben? An Rhein und Ruhr wird das Leben vielfältiger und es wird bunter. Weil hier sind die Menschen stolz und haben ein sympathisches Gefühl von der Region, in der sie leben, von unserem Ruhrgebiet. Glück auf!